Und es geht weiter zur Welt von Drakensang Online mit meinem Drachenkrieger. Das heutige Video ist special und zwar so richtig besonders, denn ich habe so eine schöne rote Nachricht hier eingefügt und werde ein bisschen in Atlantis farmen jetzt noch. Ich bin ein bisschen traurig, was den Drachenkrieger betrifft, denn es sollte schon längst das XP-Event laufen und zwar für knapp zwei Wochen. Tut es aber nicht. Stattdessen wurde das Release noch ein paar Mal verschoben. Dann wurde der verschobene Termin nochmal verschoben, bis man es irgendwann komplett gestrichen hat, das XP-Event. Jetzt soll dann angeblich das neue Release kommen mit dem neuen Event, aber das Video, ja, bis die Server dann wieder online sind, bis das Event am Start ist, würde es wahrscheinlich dauern und dann kommt das Video nicht mehr heute. War vorher kurz auf dem Mage und jetzt dachte ich mir, egal, nehme ich trotzdem, fahre mich ein bisschen mit dem Drachenkrieger hier mal. Ich finde es extrem schade. Ich dachte echt, jawohl, ich time das genau so, dass ich losrocke, weil die droppen jetzt auch hier jeder von denen. Das fand ich lustig. Der erste Schlag, ich stand auf derselben Stelle, hat nicht getroffen. Der zweite Schlag, ich stand noch immer auf derselben Stelle, hat dann getroffen. So, dachte, jawohl, XP-Event, das time ich so ein. Am Wochenende lege ich los mit Schriftrollen, danach XP-Event noch dazu. Aber ist jetzt irgendwie ganz weg. Stattdessen wird irgendwann sowas stattfinden namens Loatak-XP-Event. Ich weiß nicht, warum das Loatak-XP-Event heißt. Man könnte es auch Schniedelwutz-Peter-XP-Event nennen. Oder Gertruder-XP-Event. Kommt aufs selbe raus. Und das wird aber leider nicht sehr lange laufen und das dauert noch zwei Wochen, bis das startet. So, und die Wartungsarbeiten wurden eben im Deutschen Forum zwei Minuten vor dem Timer hier angekündigt. Was ich auch ein bisschen schade finde, aber egal. Ist alles egal. Vielleicht muss man einfach wieder ganz viel im Voraus produzieren. Und dann bin ich bei Release 150, wenn schon Release 157 live ist. Genau. Aber ich frage mich nur, es hieß dann im Forum, es wurde noch kein grünes Licht für das neue Update gegeben. Und dann frage ich mich, wie kann man einen Eventplan erstellen mit Terminen, wenn es noch kein grünes Licht gibt. Das ist ein bisschen so... Naja, wenn der Termin noch nicht steht, dann kann man nicht sagen, dass der Termin schon steht. Finde ich so irgendwie. Aber, okay. Ist ja auch egal. Wow. Wir müssen sowieso immer uns danach richten, so wie es gerade kommt und wie es läuft. Was anderes kann man sowieso nicht machen. Und das Event konnte vorher nicht starten, weil das mit Release 100... 153 erst aufgespielt wird. Das heißt, das ist im Moment... Okay, das könnte jetzt lustig werden. Mit 23.000 Mobs, die hier versteinern können. Das Event ist also aktuell noch gar nicht auf den Servern oben. Das war der falsche. Den wollte ich nicht hier treffen, obwohl bei so vielen Gegnern könnte ich auch mal den Kriegsbanner hier rausholen. Aber dann bei den nächsten Mobs. Genau, also das Event ist noch gar nicht da. Wird dann aber heute... Also ich sag gar nichts. Wird um 14 Uhr starten, aber im Endeffekt bitte immer im Forum nachsehen. Weil, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe 10 Minuten später auf morgen. Lautet teilweise die Devise. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen. Die Mods können da gar nichts für. Die bekommen einfach nur die Infos und schreiben diese dann ins Forum. Mehr ist da nicht. Das heißt, das sehe ich auch immer häufig, da wird über die Mods gemeckert, aber die können ja nichts dafür. Denen wird gesagt, schreib das ins Forum. Und die schreiben das dann ins Forum. Und das ist dann alles, was so abgeht. So, zumindest soweit ich das weiß. Die Sphärenscherben brauche ich dann auch bei meinem Magier unbedingt. Denn das Wüste der Sensen Event wird einiges kosten. Ich meine, wenn man es nur ganz normal mit Eventfortschritt durchspielt. Das geht relativ schnell. Das wird ein Speedy Gonzales Event. Aber wenn man vielleicht auch das gelbe Set haben möchte. Ich weiß zwar nicht, wieso ich das haben wollen würde, weil ich es nicht trage oder nicht tragen würde. Aber für die Sammlung, wer weiß, will man es ja vielleicht doch haben. Diese roten Minibosse haben in der Vergangenheit leider sehr häufig nichts gedroppt, beziehungsweise nur weiß. Aber jetzt lohnen sich die auf jeden Fall, weil da gibt es hier acht oder so von denen. Und da noch einige, sodass mein Inventar sogar richtig schnell, richtig voll wird. Aber XP-Technisch ist hier leider nicht allzu viel zu holen. Ich muss jedenfalls noch leveln, um dann auch in diese Zone rein zu können. Denn wenn mich nicht alles täuscht, wie war denn das nochmal? Bekommt man die Quest erst mit Level 40 hier? Da muss man ja... Ach, Moment, wo bin ich? Ach, ich labere. Ich bin ja... Ich meine nicht diese Zone, sondern eine andere. Wenn ich schon hier bin, dann gibt es noch einen Gorga Run. Danach mache ich die Heimkehr, denn ich bin ja ziemlich voll. Ein einziger... Ich habe vorhin verkauft. Ein einziger Run. Und fast so eine gesamte Seite sind zwar nur grüne Items, das weiß ich schon, aber... Die geben ja auch einiges an Silber. Das heißt, da kann man schon ein bisschen farmen. Wenn man denn möchte, warum auch immer man grüne Items brauchen würde. Aber hier könnte man sie in Massen bekommen. So, komm, Wut, Wut. Das war doof, dass ich da vorher noch so einen Schlag gemacht habe. Aber gut. So, zweimal blau. Okay, obwohl hier kann man die Items von der Farbe her schon ein bisschen schneller ansammeln. Dann mal die Rückreise. Wäre das neue Update schon da, müsste ich nur die Taste... O, war das O? Oder P? P, eines von beiden für das Reit. Hier vielleicht P wegen Pet. Oder O wegen Mount. Eventuell, wer weiß. Ich schmelze mal das meiste Zeugs wieder ein. Denn, besonders für den, sind die Glyphen sehr wertvoll. Mal schauen. 4.000 nöt. 4.000 reicht bei weitem nur. Ah, 50.000. Verstehe. So. Und dann schaue ich hier nochmal rein. Abgrund der Zeit. Muss mich nicht so beeilen. Denn eine Schriftrolle habe ich nicht eingeworfen. Genau, dann noch eine Frage. Die werden wir dann bald beantworten können. Dann, sobald das Update da ist, werde ich es, denke ich mal, ausprobieren, sodass es jeder weiß. Und zwar diese Schriftrolle, die für drei Tage oder so hält. Ob die auch abläuft, wenn man sich ausloggt. Oder, ob die, genauso wie die anderen Buffs und Schriftrollen, immer nur dann zählen, wenn man gerade online ist. Ich muss sagen, drei Tage, das fände ich ziemlich übertrieben, wenn dieser Buff nicht auslaufen würde, wenn man offline ist. Weil, in drei Tagen effektiver Spielzeit, mit diesem Buff, mit vielleicht noch dem Drachling, ist sowieso fast jeder dann schon. Nein, okay, ist übertrieben. Am Maximallevel ist man da nicht. Aber, naja. Es sollte auf jeden Fall, oder würde dann auf jeden Fall, für eine sehr lange Zeit anreichen. Oder reichen. Anhalten. Also, von daher kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich werde es aber definitiv testen, genauso wie ich testen werde, ob sich die Stapeln oder auf einer Abklingzeit laufen. Ich kann mir aber nicht, niemals vorstellen, dass diese Schriftrolle mit 100% plus das Pergament mit 50% für drei Tage, dass die stapelbar sind. Verdammt, das ärgert mich. Das hätte ich im Testserver schon testen sollen. Aber da war ich zu geizig, weil das kostet ja an der Mand und der ist schon Level 45. Von daher hätte ich davon nichts gehabt. Lustige Sache übrigens gerade. In dem Moment, wo ich das Wort an der Mand ausspreche, bekomme ich an der Mand. Genauso wie beim letzten oder vorletzten Video mir jemand gesagt hat, in dem Moment, als ich dem Drachling Gesundheit gewünscht habe, muss dein Zuse ja niesen. So passiert's. Zufall? Ich denke nicht. Ich denke auf jeden Fall nicht. So, und im Nachhinein betrachtet, sorry für das Ragen am Anfang, aber irgendwie, ich dachte so, yes, genial. Seit Juni werden jetzt immer so die monatlichen Events angekündigt. Aber es hat noch in keinem Fall so geklappt, wie es angekündigt wurde. Es wurde immer irgendetwas noch verschoben. Und dann so, ey, aber Schilling, du hast doch gesagt, hier und im Forum stand, ich kann leider auch nichts dafür. Da kann ich nichts machen. Das ist nicht mein Problem. So. Okay. Ein grünes Item, ein Wächterschild. Drei Minuten. Kann ich in der Zeit noch den Edward finden. Den Edward mit den Scherenhänden, wo ist er denn? Der Kollege. Der ist im Prinzip immer da. Nur immer woanders. So. Er hat seine gewissen Spawnplätze. Dies ist einer davon. Das wollte ich schon wegspringen, wegen dem Versteinerungszauber. Der Blick der Medusa. Hier kann er nämlich auch sein. Komm, lass mich nicht im Stich. Edward. Ich brauche deinen Loot, denn du hast besseren Loot. Und das ist gut. Nö. Hier ist er dann. Auch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Zwei Minuten dreißig. Das wird sehr knapp und sehr eng. Das wird's auf jeden Fall. Dann gibt's nur noch eine Stelle, wo er auftauchen könnte. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Ihr dürft auch sterben. Keine Sorge. Road to Level 45. Hier werden sie geholfen. Jeder darf mal sterben. Sterben. So. Oh, ich muss sich leider auch in Ruhe lassen. Wenn er jetzt nicht da ist. Dann fresse ich aber einen Besen. Äh. Ohne Spesen nix gewesen. Okay, vielleicht noch an der letzten Stelle. Oder war ich hier am Anfang nicht genau? Hm. Ich hab den noch immer gefarmt mit meinem Magier. Na egal. Diese Runde hab ich's verbockt. Ich hab ihn nicht gefunden. Den Eddie. Eddie aus Tekken. Beste Klasse ever. Oder bester Charakter ever. Da muss man gar nicht wissen, was man tut. Einfach nur alle Tasten spammen. Und yes. Unterbrochen. Hallo. Direkt meine... Und wieder unterbrochen. Und sonst ist noch alles knusper bei euch, oder? Unfassbar, diese Gegner. Sind sie auch noch so schön aufgeteilt. Sind sowieso alle mit einem Schlag tot. Mann, Mann, Mann. Halten sich für was besseres hier, die Kollegen. Aber nicht mit mir. So, der ging noch down. Und hier unten kann er noch irgendwo sein. Aber da war ich doch auch. Ach, egal. Es ist wohl... Schicksal, dass ich ihn... ...nicht gefunden habe. Es sollte nicht sein. Genauso wie es nicht sein sollte... ...dass ich heute ein anständiges Video raushaue. Aber man sieht... Ich meine, ich habe jetzt nicht alle Gegner besiegt. Hier droppt durchaus weniger. Diese Gorgonen, die Minibosse... ...die lassen schon einiges Grünzeugs fallen. Und Grünzeugs ist ja gesund. Allerdings schrumpft davon der Bizeps. So. Yes. Ach, sehr schön. Sehr fein. Gorgonenschänder. Wird Kriegertrend gegen ihn bestehen können? Oder wird er geschändet? Das alles. Und noch viel mehr in einem weiteren Abenteuer von... ...Row to Level 45 mit dem Drachenkrieger. Anzeige ist raus. Definitiv. Gorgonenschänder. Buguser confirmed. Ich meine, was soll denn das? Kannst du nicht bringen, oder? Versteckt sich hinter dem Stein? Ah. Und die Aufnahme, das schließt sich alles automatisch. Ich dachte, man wird in die Charakterstellung... Aber stimmt ja. Man kommt ja dann nicht in den Client. Genau. Danke fürs Zusehen. Und wie viel sagen Sie gerne einfach bin? Ich soll weiter... Oh, ich spiele jetzt mal. Oh.